Musik Neues aus der Verpackung, hier ist Packaging Journal TV. Schön, dass Sie zuschauen. Kaum eine andere Meldung hat in den vergangenen Wochen für so viele Reaktionen gesorgt wie diese. Ketchup in der Papierflasche. Heinz arbeitet gemeinsam mit dem britischen Unternehmen Pulpex an der Entwicklung einer recycelbaren Flasche auf Papierbasis. Sie besteht zu 100% aus nachhaltig gewonnenem Zellstoff. Ein Prototyp soll erst einmal entstehen. Mit ihm könne dann getestet werden, wie die Entwicklung in den kommenden Jahren für Ketchupflaschen und für andere Verpackungsformate eingesetzt werden könnte. Reaktionen dazu gab es auch auf unserer LinkedIn-Seite. Können wir nicht einfach bei Glas bleiben und wer will denn dieses Altpapier nach Gebrauch haben, waren da zum Beispiel Fragen. Dazu sagt Pulpex, dass der CO2-Fußabdruck der Flaschen wesentlich geringer sei als der von Glas- und Kunststoffflaschen. Und man erwarte, dass die Flasche nach ihrer Verwendung in großem Umfang und problemlos in Papierabfallströmen recycelt werden könne. Der nächste Schritt werden Prototypen-Tests sein, um die Leistung zu bewerten, bevor die Flasche von Verbrauchern getestet und auf den Markt gebracht wird. Papier der eine trennt, nachfüllen der andere. Johnson & Johnson bringt beides zusammen und hat für die Produkte einer seiner Babymarken erstmals Nachfüllpacks auf Papierbasis eingeführt. Die 1-Liter-Karton-Verpackungen sollen Plastik einsparen und im Vergleich zum derzeitigen Flaschensortiment ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Packs beinhalten 8 Gramm Kunststoff pro 1-Liter-Karton. Die Kunststoffbeschichtung ist erforderlich, um die Pflegeprodukte im Inneren zu schützen und die Struktur der Verpackung aufrecht zu erhalten. Für rund 11.000 verkaufte Nachfüllpackungen soll aber eine Tonne Kunststoff eingespart werden, sagt das Unternehmen. Und es informiert seine Verbraucher. Über einen QR-Code können Kunden Videoanleitungen und Informationen über das Recycling ihres leeren Kartons abrufen. Es ist eine bestechend einfache Idee. Antrieb und Automation zusammenstellen wie eine Kochbox. Mit diesem Prinzip vergleicht SEW EuroDrive seine neuen Starter-Sets, die auch das Verpacken einfacher und eben automatischer machen. Schauen wir uns die Schlauchbeutelmaschine an zum Beispiel. Die haben relativ feste Funktionen dort drin. Wir haben immer einen Folientransport, wir haben einen Abzug, wir haben eine Abrollung, wir haben Siegelbacken. Es muss synchronisiert werden, Druckmackensteuerung. Wir haben entsprechend hier mehrere Achsen, Servoantriebe drin. Und entsprechend hat man da eine Überlappung bei allen diesen Maschinen. Und das ist eine Standardisierung. Diese standardisierten oder immer wieder vorhergehenden Produkte, das Ganze ist in diesem Grundpaket drin. Und so kann ich basierend auf dieser Schlauchbeutelmaschine von der Größe und Performance sagen, das Paket, dieses Grundpaket hat 80 Prozent meiner Sachen schon drin, Hardware und Software, also alles miteinander wie in so einem Kochpaket. Und kann damit dann meine Maschine zusammenkochen. Mehr über die SEW EuroDrive Starter-Sets erfahren Sie im ganzen Interview mit Alexander Hack. Das gibt's online auf Packaging-Journal.tv. Woraus drücken wir künftig unsere Tabletten? So sehr Nachhaltigkeit auch im Pharma-Bereich angekommen ist, so klassisch kommen Medikamentenblister bislang noch daher. Sie werden meist aus PVC-Verbundfolien mit Aluminiumfolien gefertigt. Das europäische Nachhaltigkeitsprogramm Vinyl Plus hat nun ein Recycling-Projekt für PVC-Blister gestartet. Bereits bei der Produktion von Pharma-Blistern werden Abfälle wie Stanzgitter und aussortierte Leerverpackungen gesammelt und bei einem Recycling-Partner werkstofflich recycelt. Sowohl das PVC-Rezyklat als auch das Aluminium werden anschließend wieder in den Materialkreislauf zurückgeführt und zur Herstellung von neuen Produkten verwendet. In drei Jahren will Vinyl Plus jährlich 900.000 Tonnen PVC und bis zum Jahr 2030 jährlich eine Million Tonnen PVC recyceln. Apropos Recycling. Für Radfahrer gibt es jetzt eine nachhaltige Fahrradtasche aus Post-Consumer-Rezyklat. Diese Tasche ist Ergebnis einer Kooperation von VAUDE, Interzero und Fitcraft und ist nun für die Plastics Recycling Awards Europe nominiert worden. Interzero verweist bei dem Projekt stolz auf Prozyklän, seinen Recycling-Kunststoff, den das Unternehmen nach strengen Qualitätsstandards aus Post-Consumer-Abfällen aus der gelben Tonne beziehungsweise dem gelben Sack herstellt. Es handelt sich um eine einzigartige neue Rezeptur, deren Eigenschaften selbst bei der Modifikation von Neuware bisher auf industrieller Ebene so nicht erreicht wurden. Das sagt die Interzero-Forschungschefin. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts Umsicht spart der Einsatz von Prozyklän im Vergleich zur Verwendung von Neuware rund 56 Prozent Treibhausgasemissionen ein. Und hier noch ein paar Kurzmeldungen. Mondi und Maschinenhersteller Rowema bündeln ihre Kompetenzen für die Tiefkühlbranche. Die Rowema Revo 3800S verpackt Tiefgekühltes in Papier. Sie verarbeitet bis zu 130 Flachbeutel aus Barrierepapier von Mondi pro Minute. Die Designagentur WinCreating Images hat für Penny und Rewe einen kultigen Eistee umgesetzt. Mit dem Don't-Be-Thirsty-Design will Win bewusst zeigen, wie man neue Zielgruppen gewinnt. Köhler Paper produziert Recyclingpapiere aus 100 Prozent Sekundärfaserstoff. Verpackungshersteller PresentPhil stellt daraus unter anderem umweltfreundliche Geschenkverpackungen her. Und der Deutsche Verpackungskongress hat gerade erfolgreich stattgefunden. Es ging um konkrete Wege und Strategien für eine nachhaltige Zukunft und die aktuellen Herausforderungen der Gegenwart. Auch dazu lesen Sie mehr auf packagingjournal.de und immer aktuell auf unserer LinkedIn-Seite, die gerade die 15.000-Follower-Marke geknackt hat. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.